Herzlich Willkommen zum Workshop der Stadtbibliothek Neuss. Heute geht es um Katzen und Hunde, denn ihr werdet hier heute in diesem Workshop lernen, Schnuffelkissen zu machen. Dabei wünschen wir euch viel Erfolg. Hallo, mein Name ist Christine Vogel. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir ein Schnuffeltuch oder ihr könnt auch ein Schnuffelkissen daraus machen, für unsere kleinen tierischen Mitbewohner machen. Vor allem geht es um Hunde oder Katzen, die ja gerne mit der Nase arbeiten und wir sind ja immer happy, wenn wir denen wieder was Neues zum Spielen oder zur Beschäftigung machen können. Dazu machen wir heute ein Schnuffelkissen. Frage, was ist das? Das ist, hier habe ich schon mal eins vorgefertigt, das ist ein Stoffträger, wie das genau gemacht wird, schauen wir uns gleich an. Und da sind ganz viele verschiedene Stofffetzen reingeknotet und wenn das Ganze fertig ist, kommt hier zwischen rein, könnt ihr dann Leckerchen für Hund und oder Katze verstecken und die haben einen Heidenspaß. Also mein Hund hat das getestet, der ist völlig happy und völlig begeistert und sucht da ewig lang drin rum. Also, wir machen ein Schnuffelkissen. Wenn ihr im Internet guckt, oder eine Schnuffeldecke, wenn ihr im Internet guckt, werdet ihr finden, dass die meisten von diesen Kissen aus Fließstoff gemacht werden. Da bin ich jetzt persönlich nicht so ein Freund von. Einmal weil aus dem Fließstoff, wenn man den wäscht, relativ viel Mikroplastik rausgeht. Und zum anderen, weil es eben schlechter waschbar ist. Ich nehme gerne, da ich auch Upcyclingfachfrau bin, nehme ich gerne einen Stoff, den ich schon vorgenutzt hatte. Hier habe ich zum Beispiel für dieses ein altes, verschlissenes Betttuch genommen. Ein Spannbetttuch habe ich außenrum die Gummis abgeschnitten und dann kann man einfach hier die Streifen schneiden. Oder, was noch einfacher geht, man kann, wenn das ein Baumwollspannbetttuch ist, kann man das sehr gut reißen. Und dann ist das viel einfacher, als wenn man mit der Schere ständig schneidet. Das ist das eine. Das andere ist, was ist der Untergrund? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich entschieden für einen Untergrund, den ich gehäkelt habe. Das heißt, ich habe einfach ein Gitter gehäkelt. Für diejenigen von euch, die das können, ist das ganz einfach. Das ist einfach eine Luftmaschenkette und dann ein Lochmuster aus Stäbchen und Luftmaschen. Diejenigen, die nicht häkeln können oder wollen, können dann zum Beispiel auch hier so eine Matte nehmen. Das ist eine Matte, die ins Spülbecken kommt, damit das Geschirr innen drin beim Spülen, beim Handspülen nicht verrutscht. Diejenigen können so einen Teil nehmen und meistens haben die Löcher. Ich habe jetzt nur gerade während des Lockdowns keines mit größeren Löchern gekriegt. Ich habe das mal hier schon angefangen und man kann sehen, im Vergleich von den beiden, das hier wird lange nicht so dicht wie das gehäkelte und je mehr wir an Fusseln und an Stoff da drin haben, desto mehr Spaß macht das den Tieren hinterher. Was man auch noch nehmen kann, ist eine Teppichunterlage, diese Anti-Rutschmatten von den Teppichen. Da gibt es welche, die auch wie so ein Gitter sind. Da kann man sich das Stück rausschneiden und kann dann die Stoffteile da einfach rein knüpfen. Wie geht das jetzt? Ihr schneidet euch, je nachdem, das muss ich noch vorab sagen, je nachdem, wie groß der Teppich oder das Kissen werden soll, ein Stück von eurer Unterlage oder häkelt die entsprechend. Man kann das auch rund machen, man kann das später auf dem Kissen nähen, man kann auch später hier unten drunter noch eine rutschfeste Unterlage machen, wenn man das zu Hause auf dem glatten Boden liegen hat, dann wandert das Tier natürlich schon mal damit durch die ganze Wohnung. Man kann, andersrum gesagt, wir nehmen dann diese Stoffstreifen, da ist die Frage, wie lang und wie breit, da könnt ihr euch überlegen, wie groß ist das Tier. Für eine kleine Katze würde ich jetzt vielleicht, je nachdem, wie temperamentvoll die Katze ist, kann man sich überlegen, ob man die ein bisschen kürzer macht. Meine sind jetzt so lang, das sind so knapp 30 cm und so 4-5 cm breit. Man kann das ganz genau machen und alles genau abmessen, aber man muss es nicht. Und dann nimmt man diese Streifen, die kriegt man, indem man aus dem langen Laken, aus dem großen Laken, solche langen Streifen schneidet und die habe ich dann einfach in vier Teile, hier durchgeschnitten, hier durchgeschnitten und fertig. Wir nehmen dann also diese Stoffstreifen, fädeln die einmal hier durch und ich habe dann immer zwei Knoten gemacht. Einmal und dann geht das so weiter. Man kann das sehr gut abends auf dem Sofa machen, kann sich dabei die Lieblingsserie im Fernsehen oder bei Netflix oder wo auch immer angucken und dann macht man Knoten und Knoten und Knoten und Knoten. Und überall da, wo wir so eine Brücke haben, macht man die Knoten rein. Das sieht dann nachher von der Rückseite so aus. Ihr seht überall da, wo ihr so eine rote Schlinge seht, ist auf der anderen Seite so ein Schnuffelfaden, wo das Tier nachher gucken kann. Das Ganze geht so weiter. Ja, wir machen Reihe für Reihe und nachher, wenn es fertig ist, sieht es so aus. Man kann hier noch sehen, hier sind die Löcher unten drunter. Wenn man das dicht haben will, kann man noch ein Stück Stoff hinten drauf nähen, ist aber nicht nötig. Ihr seht, das ist eine ganz leichte und schnelle Sache und die Tiere haben sehr viel Spaß. Wenn jemand damit nicht klarkommt, meldet euch, entweder über die Stadtbibliothek bei Makerspace, da können wir euch helfen oder wenn jemand am Upcycling generell interessiert ist, ich mache auch Upcycling-Workshops, dann könnt ihr euch melden. Adresse wird reingeblendet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.